Schönen guten Tag, ich bin Volker Bokelmann und seit 20 Jahren Forstwirt. Vor sechs Jahren habe ich mich mit der Firma Astfrei selbstständig gemacht. Wir sind eine Baumpflegefirma mit dem Schwerpunkt Baumpflege und Baumfälle und durch Seilklettertechnik. Um für jeden Baum das passende Konzept anbieten zu können, arbeiten wir mit Kran- oder Hebelbühne. Außerdem bieten wir noch Strauchen Heckenschnitt an. Seit Jahren erledigen wir zur Zufriedenheit unsere Kunden, unsere Aufträge fachgerecht Baum- und Gartenschonend. Ihre Firma Astfrei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017